Lebe in Einheit, handle aus Einheit. Kommentar zum 404. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt, E-Katma-ke-pare-tat-ve-bheda-varta-katam-vaset-sushub-tau-sukha-matra-yam-bheda-ke-na-valo-kita-ha. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kommentar zum Viveka Chudamani, zum Kronjuwel der Unterscheidung von Shankaracharya. Viveka Chudamani, einer der wichtigsten Texte im Vedanta. Viveka Chudamani, hier geht es um Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen, dem Selbst, dem Nicht-Selbst, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen der Wahrheit und dem Trugbild. Der Autor Shankara, einer der ganz großen Meister um 800 nach Christus. Er will uns helfen, aus der Unwirklichkeit herauszukommen. Wir sind gerade bei Versen, wo es um Einheit geht und wo Shankara sagt, lebe aus der Einheit. Ja, mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Auch noch der Tipp, diese Vorträge gibt es sowohl als Video als auch als Audio. Du findest sie sowohl in YouTube als auch auf mein.yoga-vidya.de wie auch unter der Internetadresse schriften.yoga-vidya.de Dort kannst du dann klicken auf Viveka Chudamani und kommst so zu allen Versen des Viveka Chudamani. Wenn du lieber einfach hörst, ohne das Video herunterladen zu müssen, das gibt es auch als Podcast. Du findest es sowohl in dem Blog von Yoga-Vidya, blog.yoga-vidya.de und du kannst diesen Podcast auch auf iTunes oder in deinem bevorzugten Podcast-App Podcast-Player abonnieren und abspielen. Ja, aber hier sind wir jetzt bei dem 404. Vers und hier sagt Shankara, Wie kann in der einen, ungeteilten, höchsten Wirklichkeit von Getrenntheit die Rede sein? Wer kann schon in der reinen Glückseligkeit des Tiefschlafs Unterschiede wahrnehmen? Angenommen, zwei Menschen hatten ganz unterschiedliche Tage. Der eine hatte einen Tag, der war voller Freude. Nehmen wir an, der Chef hat ihm eine Prämie gegeben. Und zu Hause, die Frau war unglaublich nett und das Kind hat eine Eins von der Schule gebracht. Und irgendwo, er ist gesund und alles. Und nehmen wir an, die andere Person hatte vielleicht einen schwierigen Tag. Und irgendwo, Chef hat geschimpft, Kunden sind sich beschwert. Es gab ein Ergebnis vor einem Arzt, das gesagt hat, eventuell Krebserkrankung, Schlaferkrankung, blaue Briefersetzung gefährdet vom Kind und so weiter. Angenommen, beide schlafen. Sie werden vielleicht beide eine Weile brauchen, bis sie einschlafen. Aber angenommen, beide sind eingeschlafen im Tiefschlaf. Haben sie eine unterschiedliche Erfahrung? Nein, sie haben beide exakt die gleiche Erfahrung. Im Tiefschlaf ist alles eins. Und ist deine Erfahrung eine andere Erfahrung im Tiefschlaf als die Erfahrung eines anderen? Nein, die Erfahrung im Tiefschlaf ist bei allen gleich. Ebenso, wenn du aufwachst in Nirvikalpa Samadhi, in den höchsten Samadhi-Zustand, ist deine Erfahrung die gleiche Erfahrung wie alle anderen, die in Nirvikalpa Samadhi sind. Gehe deshalb von Einheit aus. Man könnte sagen, im Tiefschlaf, dem höchsten Grad der Unbewusstheit, ist alles eins. Und in Nirvikalpa Samadhi, dem höchsten Grad von Bewusstheit, ist alles eins. Und alles, was dazwischen ist, ist nur vorübergehend. Ja, das war der Kommentar zum 404. Vers im Viveka Chudamani von Shankaracharya.